Ein Fichte, der später so viel zur Weckung deutschen Vaterlandsinnes getan hat, erklärt unmittelbar vor dem Zusammenbruch als das Vaterland des wahrhaft ausgebildeten Europäers im allgemeinen Europa, insbesondere in jedem Zeitalter, denjenigen Staat, der auf der Höhe der Kultur steht. Und fügt hinzu, und in diesem Weltbürgersinne können wir dann über die Schicksale der Staaten uns vollkommen beruhigen. Wie kühl sich Goethe zu den Bestrebungen nach nationaler Selbstständigkeit verhielt, ist bekannt. Wie fremd ihm die bewegenden Kräfte des politischen Lebens waren, zeigt seine Äußerung aus dem Jahre 1812. Also unmittelbar vor der doch schon kräftig vorbereiteten Erhebung, in der er meinte, Preußen sei ein Staat, der nicht mehr zu retten ist. Schiller empfand bei diesen Fragen kräftiger. Er hätte sich wahrscheinlich zu Fichte gestellt. Jener Mangel sei in keiner Weise beschönigt oder verschwiegen. Ihre Richtung auf die innere Bildung machte zum Mittelpunkt alles Strebens das Individuum. Jeder individuelle Mensch trägt nach Schillers Ausdruck der Anlage und Bestimmung nach einen reinen idealischen Menschen in sich. Um dies Ideal zu erreichen, bedarf es unermüdlicher Arbeit an uns selbst. Bedarf es einer Klärung über den Punkt unserer Stärke und einer Lenkung aller Kräfte gemäß der eigentümlichen Begabung.